Die Freiheitsbedrohung in Deutschland kommt nicht mit Gewalt und laut daher, sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn es um die Bürgerrechte geht. In Zeiten, wo wir alle Sorge haben wegen Terrorgefahrens, wo wir alle natürlich an alles tun müssen. Für unser bürgerländer Programm hat das so ein Gesetze und glückliches Leben. Wir kriegen gerade auch einen Staat.